Ahoi Tetrapekkies. Ja ihr hört es vielleicht an der Audioqualität an dieser Aufnahme. Ich klinge anders ja und das liegt daran, dass mein Mikrofon kaputt ist. Es ist sehr stört, es ist über den Jordan gegangen und funktioniert nicht mehr. Ich nehme dies hier gerade mit meinem Handy auf und das ist alles mehr schlecht als recht, denn ich möchte euch ja auch eine gewisse Qualität bieten. Aufgrund dieser furchtbaren Tatsache kann ich derzeit keine neuen Videos aufnehmen und ich arbeite ja gerade sowieso daran, mein kleines süßes Studio hier etwas umzubauen. Da ist so eine Investition vom Mikrofon, die jetzt neu angeschafft werden muss, natürlich nicht unbedingt mit eingeplant gewesen. Da ich halt auch kein günstiges nehmen möchte, weil ich, wie ich schon sagte, euch eine gute Qualität liefern will. Ja, müssen wir jetzt mal ein paar Tage, glaube ich, eine Durststrecke hinter uns bringen. Ich hoffe, ihr haltet mir trotzdem die Treue und bleibt auf dem Laufenden, indem ihr natürlich abonniert habt und vielleicht auch die kleine Glocke neben dem Abo-Button gedrückt habt, damit ihr sofort informiert werdet, wenn es neue Videos gibt. Sobald das neue Mikrofon da ist, werde ich einen ganzen Arsch von Videos aufnehmen und nachliefern. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich bin bald wieder zurück und hoffe, ihr seid alle wieder mit dabei. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, Leute, haltet die Euren steif, habt eine geile Zeit, euer TetraGamer Marcel. Ciao Leute! Ciao Leute!